Der Sohn von Skilegende Toni Bögler scheitert am Stock von David Ebbischer. Was für eine Parade von David Ebbischer. Patrick Thoresen, der Norweger. Oh, cool gemacht! Lugano geht in Führung! Was für eine Abgeklärtheit, was für eine Klasse. Dieser Patrick Thoresen, neu in die Schweiz gekommen für diese Saison. 120 Spiele hat er gespielt in der NHL, der Norweger. Und jetzt André Sander.